Von einer Binnenstädtikstörung spricht man, wenn Menschen anfallsweise große Mengen an Nahrungsmitteln zu sich nehmen, also weit über den Appetit hinaus, weit über den Kalorienbedarf hinaus und das mehrfach täglich über längeren Zeitraum, sodass sie dann auch massiv an Gewicht zunehmen. Es ist eine Art von Impulskontrollstörung. Die Betroffenen sagen, wenn ich das nicht tue, dann steigt meine innere Anspannung an, ich habe Emotionen, die ich nicht haben will und dazu benutzen sie halt die Essanfälle, um das zu regulieren.